Das Roussillon ist eine alte Kulturlandschaft und eine historische Provinz im Süden Frankreichs. Geografie Das Roussillon entspricht in etwa dem heutigen Departement Pyrenees Orientales mit der Großstadt Perpignan als Hauptort. Kleinere Städte sind El Ney, Coliur, Agile, Surmer, Revesaltes, Prades, Seret und Tuya. Der heilige Berg der Katalanen, der Pic du Canigu, befindet sich gänzlich auf dem Gebiet des Roussillon. Der Pic de Costa Bonne markiert etwas weiter südwestlich die Grenze zwischen Katalonien und Frankreich. Das Massiv des Alberes bildet den östlichsten Ausläufer der Pyreneen. Das Phenulitz und der Norden des Roussillon werden vom Küstenfluss Aglü entwässert. Die Täler der weiter südlich verlaufenden Küstenflüsse Tete und Teche verbreitern sich am Ostfuß des Canigu-Massivs zu einer sehr fruchtbaren Ebene. Mit Mittelmeerklima und üppiger Vegetation. Der ein Ausschutmassen aufgebauter, flacher Küstenstreifen vorgelagert ist. Der mit der nordwärts anschließenden Lagunenküste die Kotvermeil bildet. Ganz im Süden entwässert die Masane das Massiv des Alberes. Wirtschaft Traditionell spielt die Landwirtschaft darunter auch Obst- und Weinbau. Immer noch die wichtigste Rolle im wirtschaftlichen Leben des Roussillon seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist der Tourismus als stetig bedeutsamer werdender Wirtschaftsfaktor hinzugekommen. Geschichte Wie viele Zeugnisse aus der Zeit der Megalith-Kulturen beweisen, war das Gebiet bereits in der Jungsteinzeit besiedelt. Für die Region namensgebend war die mittelalterliche Grafschaft Roussillon am Nordrand der Pyrenäen am Mittelmeer. Sie war eine der historischen katalanischen Grafschaften, die unter Karl dem Großen geschaffen wurde. Um als Teil der spanischen Mark das Fränkische Reich gegen die Mauren auf der eberischen Halbinsel zu schützen. Im Mittelalter war das Gebiet des Roussillon zwischen der französischen und der aragonistischen Krone umstritten. Zahlreiche Burgen wurden gebaut. Der Vertrag von Corbeil, in welchem der französische König Ludwig IX. seine Gebietsansprüche auf das Roussillon an Jomi, von Aragon abtrat, sorgte längere Zeit für Rechtssicherheit. Im Jahr 1276 erbte dessen jüngerer Sohn Jom II, das bereits 1229 von seinem Vater nach der Eroberung der Baleareninsel ins Leben gerufene Königreich Mallorca und gliederte ihm die ebenfalls zu seinem Erbteil gehörenden Grafschaften Roussillon und Zerdanie sowie die Stadt und das Umland von Montpellier an. Das Königreich Mallorca hatte jedoch nur bis zum Jahr 1344 Bestand, dann wurde es, mit Ausnahme Montpelliers, das an Frankreich fiel, wieder der Krone Aragons angegliedert. Von 1462 bis zum Vertrag von Barcelona war das Roussillon jedoch als Pfand an die französische Krone überreignet. Durch den zwischen Ludwig XIV. und Philippi V. von Spanien geschlossenen Pyrenäen Frieden von 1659 wurde die Grafschaft Rossello gemeinsam mit den anderen Grafschaften in Nordkatalonien vom restlichen Katalonien abgetrennt und Frankreich zugesprochen. Das Ancier-Regime Frankreichs fasste das gesamte Gebiet zu einer neuen Provinz zusammen und benannte diese nach der Grafschaft Roussillon. Dem Gebiet der ehemaligen Grafschaft entspricht heute noch in etwa die Comarca Rossello. Deren Grenzen decken sich jedoch nicht mit den heutigen Verwaltungsgrenzen und haben im Gegensatz zu den katalanischen Comarques keine administrative Funktion. Im Verlauf der französischen Revolution wurde das französische Staatsgebiet in Departements untergliedert. In den Jahren 1791 wurde die historische Provinz Roussillon aufgelöst und durch das Departement Pyrenees Orientales ersetzt. Das neben dem Roussillon auch noch das eher dem zur Provinz Londok gehörende Finuits umfasst. Der Name Roussillon wird heute als Teil der Bezeichnung der Region Londok-Roussillon, zu der das Departement Pyrenees Orientales gehört. Wieder offiziell verwendet, Kultur. Sprache der Gebrauch der katalanischen Sprache, der ursprünglichen Sprache des Roussillon, wurde durch ein Edikt Ludwigs XIV. Aus dem Jahr 1700 verboten und anschließend weitestgehend durch Französisch verdrängt. Französisch ist die alleinige Amtssprache. Während Katalanisch nur als Wahlfach an Schulen und der Universität Perpignan unterrichtet und durch Privatinitiative gepflegt wird. Katalonien war im Mittelalter eine der führenden Kulturregionen Europas. Im Roussillon befinden sich die bedeutenden Abteien Saint-Michel-de-Cuxaar und Saint-Martin-du-Canigou. Die Prioratskirchen von Matsche-Woll und Serabon sowie die Bischofskirchen von Elné und Perpignan. Die figürlich gestalteten Türstürze der Kirchen von Sankt André des Orede und Sankt Genes des Fontens stehen am Beginn der romanischen Skulptur in Europa. Über die Grenzen des Roussillon hinaus berühmt ist der namentlich nicht bekannte Meister von Cabestani, der im 12. Jahrhundert wirkte. Einige Kirchen beherbergen noch die für Frankreich ansonsten untypischen riesigen bemalten und oder geschnitzten Altaretabel des Spätmittelalters. Der Renaissance und des Barock. Das Fort von Salsis entstand in der Zeit um 1500 und steht architekturgeschichtlich für den Übergang von den mittelalterlichen Burgen zu neuzeitlichen Festungsanlagen. Berühmtester Dichter Katalonien Zweichartin Föderge nach einer Reise durch das Roussillon im Jahr 1886 entstand unter dem Titel Canigo das Nationalepos der Katalanen.